Wir sind die Missgeburten in Gottes Schaffung. Wir sind sein größter Fehler. Warum verlassen wir es in der Salapehau? Wenn das Haus so gut den Gesetz raubt, dann ist die Stimme der Herrschaft des Verbrechens da. Kommt rum, ist los! Die einzige Macht! Nachlich sein heißt deutsch sein. Ich habe alles für Deutschland getan! Die können wir doch nicht vorwürfen und die deutscher Liebe! Es geht weiter, immer weiter. Die härteste Prüfung steht dir noch bevor. Ich werde dich prüfen. Wir haben unseren Teufel gefunden und wissen, wie man umgeht mit den Hexen und den Abtrünnigen dieser Zeit. Glauben Sie vielleicht an Gott und das Menschengeschlechts? Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist oder unschuldig, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann. Wie unter einem unwiderstehlichen Zwang, begeht er seine Verbrechen. Ich auch nicht! Asterlich! Mach! Es kommt zu dir und fecke deine Mutter! Schwach. Einfach zu schwach. Du löst dein Virus absolut ansteckend, absolut vernichtend. Du bist schon infiziert. Du bist zusammen5st. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar. ét cuadern